hey ho leute und willkommen zu einer weiteren folge minecraft regen auch mal eine missgeburt und das schön dass du mich grüßt mario hallo steicheln zu festgestreichelt so ja also ob man hat es nicht für nötig gehalten zu warten der guckt euch mal an was alles gebaut hat hier das ist der wahnsinn ein tunnel ist wegfall doch noch mal gelegentlich nico aber irgendwie nur bei reich war ich bei dir leckte nicht oder doch klar ich tue gerade feld anbauen und das ist erst mal fünf minuten später hin ich habe euch doch dann aber dann ist mir das problem dass vielleicht einer von sich draufkommt ein bisschen jetzt jemand ist jetzt jemand spielt ist das so gehebt das ist wieder zu jemand weg hier verdammt habe ich ganz klar ja es sollte neben doch die eier auf und beschmeiß mich damit sinnlos brauchen wir für eine eier aufbauen und das meiste hier sind wir uns auf ich habe welche in die kirche hat getan in die wir stehen mit dem random zeug hau 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 unten in der höhle ich bin dann in der höhle oder nein nein hier unten in der ding ich wurde die dadurch auf höhe elke nicht muss man für diamanten zehn elf so einen dreh ich bin nach welches ähm ruby ja neid was macht ja ich habe mit dabei können wir also ich bin im bett ja wann das er will liegen ja ich stehe auf die gut drauf ich habe sauberfreude eben so aus wo wollen wir jetzt bauen ich habe das gefunden kann man das mit ding abbauen so ein werk wo schnee hat oder wie kann man warte mal hinten doch bei den bergen wollten wir bauen dann halte ich die stadt hier erstmal die stadt ausbauen so dass man halt ich habe eine höhle gefunden das ist sehr schön dass wir bauen erst mal am besten die stadt ist creeper ist creeper nicht explodieren mein freund sagt das wird bei mir aber jetzt auch ein grieber haben wir haben und das war bei dir jetzt noch einer ich will nicht allein in die höhle gehen doch nico mit ich gehe jetzt noch nicht in der höhe ich auch nicht ich bin ich in die höhe ich bin schon drin ich bin nicht drin es gab ja einmal die möglichkeit hier unten zu bauen das war schon letzte folge noch gezeigt habe und dann das wo ich vor gezeigt habe euch mal kurz ein kleines huhn rum ok hier ist ein bisschen kann man diese komischen rüben machen diese rote bete kann man ja wir haben doch reisen ja deswegen komme ich jetzt hoch kohle kohle haben wir doch in der kiste die ich habe jetzt hier ich habe die höhle gefunden die stücke gut nein wir müssen nicht in die höhle nein das ist falsch hier aber auch das ist richtig nicht hier sind die kohle sein ob sie gern da will ich nicht hoch ist nur ein dia oder das ist nur ein dia doch das nur ein dia auch jetzt noch einer ist das euer ernst in der lava und das ist nur ein dir ja deswegen sind wir hier ich habe bei ihm geht das nicht hat gerade noch jemand kurz ich will das gold nicht abbauen ja also dann lauf jetzt doch hoch wie jetzt hier im block da spielen das habe ich gerade gehört aber das kann ich gar nicht sein ist kein gast ist ein enderman stück scheiße das ist gut das du willst es auch nach mit rüben kann man auch die schweine füttern die rote rübe also ja noch mal zu zusammenfassen die erste folge waren locker zehn minuten action strafe ich habe ja das ist noch gegen die erbräuern nicht egal also lassen wir dir kommen hier da oben was ich das ja bei mir ist es auch ja mal darüber laufen ja robin das habe ich ein shader ausgemacht weil ich sonst überall alles am tag über ist alles schön hell und in der nacht ist alles so finster es ist selbst mit mond nichts siehst du ja viel vorbei ich brauche jetzt die labagall dazu das gold nehme ich auch mal mit ich habe jetzt einiges an kohle weg bringt die kohle ran hier nochmals zu retten an der seite gehen warte ich habe noch das gold hier ausgelettt gelettt gelettt wir sind feuerschöpfen tschüss m die laube in meiner nähe ist ein dungeon oder wird es gerade dunkel also bei mir ist dunkel du bist in der höhle ich höre also ein enderman höre ich auf jeden fall ich höre zombies ich bin da oben da oben und ich habe das gelettet um Leuchttemberg noch schnell vom LKF als ich den Städten verhörtert er hat er er hat er 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 und magst will er auch der Block die gerade weg hat er auch um für den Weg werte zuschauer falls ihr noch nicht taub seid es tut mir leid die schreien also das war gerade gefährlich gefährlich ja bei mir war das ding sie bin wie auf den flaschen stein grad geschwommen ich könnte eigentlich obsidian machen daraus aber warum wir haben noch keine hier gerade überlegt ob ich überhaupt noch machen soll warum ich war mir die ganze zeit hier oben also sie sind nicht sie nicht im netter nico es ist jetzt haben die viel zu viel spaß hier ich habe ich saß auch gerne noch mal ich habe mir angeguckt also ich bin weder gesprintet noch sonst irgendwas ich bin einfach irgendwie über die kante drüber gefutscht viel spaß im netto netto jetzt geht's weiter warum jetzt muss ich erst mal gucken was was ich bei der folge noch einen apfel einen ofen anlegen das könnte ich tun als das schafft ich mir noch die kohle okay wir brauchen so viel ein dass wir uns eigentlich eine eisenbrust machen können wie jeder mal das wäre sinnvoll nein ach quatsch mehrere zwei kühe das wäre doch mal was einfaches doch wie die kunst fischen woher habe ich ja schon mal ich komme gar nicht hin ich gebe dann mal eine aufgabe das das hast du so gerne gemacht nein ich habe keine angegebaut wollte ich eine bauen ja lasst es wir haben so viel essen an den sie verbunden robben aber für die erfolge ich habe gesagt ich will ganz nach folge haben ja glaubt jetzt einfach hier aus normal die höhle weiter warte ich ja schon mal den erfolgt kann ich auch später noch mal holen hatte das tut es mir auch erlebt warum sie sich so schnell ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube dann halt nicht immer bis entspannung rein bringen hier also das vor und das war so ich sterbe und dann hat er sich so kaputt gelacht okay aber das war schlimm auch welcher richtigen herz raser gekriegt was soll ich denn da sagen ich bin gedacht gestorben müssen ich habe mir das angucken müssen ich dann da drinnen die ich und mich so bin ich wollte dabei so klein ist hier und schreien hier für die Kräne und hast du zu 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 zufällig holz dabei Kramen 2 auf und so wirklich lehrten lauten Kripo auf uns aus dort an du hast du holz holz er hat eine werke oder so alt hast du steckst so was in den Werkband ja da drauf kommt wenn du nötig wenn er war schon noch halt so gut war zu holen die Basche holt hatte Brot er hat es von dir gebraucht ich will hier noch mal fragst nagele ich dich mit deinem Schnabel auf die Theke ich halte 3-4 nein er hat gebraucht hat den Nägel aber wie schön ist denn Robin hat du Nägel Robin, guck mal was da hinten steht ähm jungen habt ihr euer bett dabei wir haben problem habt ihr euer bett dabei ja ich hab mein bett dabei aber wenn ich mich an die wir wollen es einfach drum herum oder so hallo creepy ich habe mein welt ich habe so still liegt ein zweites bett eigentlich schon jeder hat ein zweites bett gekriegt wenn nein doch gar nicht so weit ich lege ich lege ich lege nico du auch wenn ich jetzt wieder kommen kommt mir dann richtig gefährlich kann man kann man lava als abdämpfung benutzen wenn ich unsere unter springt ja es ist sinnvoll ja wenn man dann haben wir wollen uns einfach drüber dann liegt eh noch viel eisen ach so du hast einen fähig zu brennen erst mal die häuser hier abbauen in der zeit wo die jungs da unten schönen form schöner ich unsere stadt gefällt mein album vier leute auf facebook opfer hast du gesagt voll geil hast du opfer gesagt opfer bin opfer ich hab bloß ihr likes immer noch besser als wenn du bist du ich muss das zeigen ich damit angefangen mit facebook war das so am anfang und ich bei jedem leiten und irgendwas unterscheiden irgendwo schon so ja ich bin blöd warum sich diese scheiße machen ja wenn er so weiter hinzu leckt halte halbes leben gezogen ich habe auch mal drauf gehauen und es hat einfach nicht gezählt auf den letzten sieht man aber dass ich geschlagen habe und den einfach nicht gedacht haben wie jetzt hier zum und wie er kann sein dass ich mein probleme habe wie zombies brennst du etwa ein bisschen zu viel zombies also ich sage dir brennen steht einem nicht so gut man ist ziemlich schnell tot also gar nicht keine laba zum optimisten doch kannst du schon warum aber nur wenn du ein laba ist ein feuerresistenzdrang drin hast oder feuerresistenz auf der rüstung dann macht das trotzdem noch schaden genügend dass ich der ja ja auf jeden fall in laba baden also diese feuerresistenz auf der rüstung reduziert lustig schaden mit der zeitsturz oder trotzdem dran zur verarsche film ich laufe die treppen hoch weil wir unten laufe allerdings wo hat es glaube ich glaube sie laufen jetzt sind wir laufen wir auch nach vorne oben ich gehe ich gehe ich klatsch mal in die hände das machst du schon wieder wenn die jetzt gibt so einen geilen stadt kriegen wir nie wieder es ist schön und habe ich gesagt hat mich runter geschossen dann bin ich gestochen die tausend zombies angegriffen alter scheiße was diese verbindung von den zwei häusern hier hätte ich so gut aus und muss halt noch ein holz dahin machen ich brauche mich zu dir nico stehst irgendwo in unserem gang warte warte ich habe gleich frei gemacht du holz hat wohl ich bin wieder voll das noch kohle das noch ein zombie warte irgendwo habe ich noch eisen da wo ich runtergefallen da wo ich runtergefallen bin habe ich nicht eis er sagt mal diese gelassen jungen wir haben sich so schnell ja weil sie gelten sind ich überlege doch mal das geld das wiegt doch nichts mehr kein fleisch dran kann gar nichts ja ich hab das ist wind städtisch also das ins geld ist total aerodynamisch auch hier wo geht man hat der kann ist das so ist es mal gesehen zu es geht im wind kanal das ist doch ein warte gewert was kein wind widerstand was ich will mit dem für die kanal ja einfach nur so nicht die berlin oder so ein skelett im wind kann einfach nur wo bin ich runtergefallen ich habe schon aufgesammelt reichen alle so gerne ja okay dann können wir jetzt gehen wollte ich habe hier 44 eisen und 12 gold wo geht's hoch übel wo bist du hin ja warte wo ist hier noch ein zombie alter geht man hier ja ja so unabhängig ja ein bisschen kohle boah aber ich habe noch eine eisensplätze dacke ähm robben dann mal noch nichts weiter an der stadt verändern denn ich will noch das eine feld begrautigen dass das dann ein bisschen weiter unten steht das machen hätte ich gar nicht nach hier zu unserem ach da ist unser gang hätte ich einfach gemacht ich gehe hoch und dann wieder zu ne oder bau irgendwie eine tür hin ja baurspiel ich habe den baum bis oben hin abgefällt das nächste was ich sehe ist klick ich stehe wieder komplett hat er schon eisenbrust pranzer oder so denn es war nicht mal irgendwo form nach so etwas denn sie ja lege ich hier rein wir haben schon einen dia ja einen tier gut so würde ich auch sagen ich bin dass man da stehe hier die folge mit einem selbstmordsprung nein bitte nicht tue es nicht und schon passiert übel viel schaden gekriegt aber das war es wert ein herz war alles kalkuliertes kalkuliertes risiko na gut leute dann bis zur nächsten folge mit der trau aus die sap die die das